Lobby? I don't facken know. Ich hab mir gerade Jung-Jang-Ramen gemacht. Und es ist facken heiß. Oh, das ist heiß. Ey, ich scheue nur vielleicht drei Sekunden nach. Diese Waffe meldet schneller als... Keine Ahnung. Oh my god! Ich kann nicht mehr. Der sponnt in mein... Ich muss ihn muten, man. Ich bin aber nicht im Mute, kommt ein Pissgeburt und pisst mich an. Und diese Waffe und diese Map und dieser Modus passt alles zusammen. I love it! Okay, aber dieser Typ dort drüben ist ein bisschen stupid. Weil wenn es solange einer ist, alles gut. Zornabschuss... Das waren alle immer im Wettloch. Das ist ja okay. Das ist in Ordnung. Und das ist klein. Wir haben die Führung. Weitersorg. Die Dollarheserabwehrflugzeug wäre bereit für die Lässer-AB-Schatz. Ich bin losgekommen, die wissen alles, wo ich bin. Okay, wow. Nicest aim, dude. Der hat einfach direkt wo sie war. Oh! Dann könntest du endlich mal diese Konterdrohne benutzen. Oh mein Gott. Wunderbar. Hilf mir, Bro. Ja, Raketenwerfer. Und... Nein! 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 Mit wenigstens einmal Hunde kriegen. Wenn ich es... Es ist schwer, wenn überall... Okay. Wir verlieren viel, Charlie. Wir verlieren viel, Charlie. Get put down. Was wirst du machen? Wenn diese Waffe einfach... Oh mein Gott. Sie tropft heimlos. Wir sind der Führung. Bleib! Sweet. Tasty and delicious. Sie nehmen Baker ein. Nice. Feindlicher Bombe im Anflug. Baker ist verloren. Wir rein haben der Flugzeug bereits für die Störung. Oh mein Gott. Wo sind meine Teammates? Die sind wieder irgendwo und schütteln. Wahrscheinlich. Oh mein Gott. Ich bin gerade so trash. I don't know why. I'm usually better than this. But today I'm a bit salty. Okay. War nicht salty. Ein bisschen spicy. Keine Mama. So eine fitte Baba. Was? Yes. Das ist sie. I don't know. I'm a bad shit. Come on. Okay. Peter. Will du spawnen? Ja. Spawn in einem Jahr. Oh my god. 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 Das Team ist nur hier, das ist von allen da, da kann ich nicht gerade mich überwerfen Ich bin festgenagelt! Ich bin gegen den Verlierer, da bin ich Bob! Mein Name ist ein Bob! Mein Name ist Bob! Wieder ein Vorhunde! Ich meine nicht ein Vorhunde, sterben, vernetzt! Ich habe mir egal, ich habe es einfach ein bisschen schlecht gerade Okay, er hat mich besser beworfen als alles andere auf dem Planeten Was war das? Wo für ein Sound habe ich hier? Was bin ich hier? Da ist ein Camper? Okay, cool! Ich muss wieder nach oben gehen, meine Taktik ist ein bisschen stupid gerade! Diese Waffe, äh, das einzige was nicht so nice ist, ist Anon Sidespeed Sonst ist diese Waffe so nice! Was? Der was holt mich?! Digga, kann ich nicht besponget werden?! Oh Gott! Aber ich, ich pushe auch so stupid manchmal. Wenn ich nicht viele Kills diese Runde schaffe, ne? Ich war so traurig, ich war so ne geile Nobby. Ach, Mann! Die sieht doch mich! Wir haben die Führung! Weitersau! Wir verlieren die Zielhebel! Aber ich muss auch füllen, was dort ist. Ist egal, ich bin so schlecht gerade, Mann! Was mache ich? Ich bin so viel besser, Mann! Passt auf eure Köpfe auf, Granaten! Wir sehen nichts. In Ordnung. Ich muss klettern einfach! Einfach klettern! Einfach klettern! Einfach klettern! Einfach klettern! Einfach klettern! Einfach klettern! Sie nehmen Baker ein! Der Baker wurde überrascht! Der Baker wurde überrascht! Wuuu! Einer ist hier oben. Noch einer habe ich nicht. Ich habe Hundes, es ist mir egal, ich habe Hundes. Ich bin ein bisschen so stupid, aber siehst du, es ist nicht so schnell. Gutes Mädchen. Gut gemacht. Komm, Herr Wachhund! Du kannst nichts gegen meinen Hundes. Mein Hund ist tot, wer hat mein Hund gesetzt? Dann wird direkt wieder sterben. Ich weiß, er war da, aber ich dachte nur in München. Ich bin ein bisschen dankbar. Jetzt bin ich ein bisschen. Ich bin ein bisschen kassier. Die Kion control ist. Das ist einfach nur Casual. Hier ist es GO! Warte doch nach! Let's go! 72 Grün! 72 Grün! Ja, ich hätte besser spielen können, aber Digga. Ich habe eine AR gespürt. Ob wir sehen können, die Waffe ist crazy. Ähm, ja. Wenn du nicht für mich wohnst, wohnst du ein Penis. Wenn du nicht für mich wohnst, wohnst du ein Penis. Wohnst du für mich? Nein!